Musik Weil es ist mir ein dringendes Anliegen, das zu erleben in der Gemeinde. Und ich glaube euch auch. Und wir leben in dieser letzten Zeit. Und das heisst, die Herrlichkeit des zweiten Tempels wird grösser sein als die des ersten. Und wir sind der Tempel Gottes. Halleluja. Und wir wollen das zusammen erleben. Halleluja. Genau. So, ich möchte noch ein paar Erklärungen machen. Ich werde ein paar Sachen erklären über die Herrlichkeit. Und nachher nehmen wir das Abendmahl zusammen ein. Und nachher möchte ich gerne für Kranke beten. Und es sind Leute hier in der Gemeinde, wo ich weiss, dass sie einen Dienst haben oder sich auf einen Dienst vorbereiten. Dass sie gewisse Salbungen haben im Leben. Und wie kommt das hervor? Indem wir das praktizieren. Indem wir das üben. Indem wir das tun, was uns so auf dem Herzen brennt. Und deshalb möchte ich nachher, also das heisst nicht für alle anderen, dass ihr habt andere Salbungen in eurem Leben. Aber weil wir am Schluss für die Kranken beten möchten, möchte ich schon mal, dass sich Andreas und Cornelia bereit machen nachher, mit mir zu beten. Und vielleicht kann dann jemand noch Melody ablösen, damit Melody auch helfen kann, für die Kranken zu beten. Und der Jan ist nicht da, gell? Wirst du kommen? Nicht unbedingt. Okay, gut. Aber Christine, glaube ich, kommt noch. Genau. Okay, gut. Also, und das hat einfach damit zu tun, dass ich Salbungen auf dem Leben sehe. Und das hat nichts damit zu tun, dass du nicht gesalbt bist. Einfach auf einem anderen Gebiet. Okay, gut. Also, damit ihr das schon mal versteht. Gut, wenn ihr ein Haus betritt, Wenn ihr in ein Haus geht, dann hat jedes Haus seinen Geruch. Nicht wahr? Jedes Haus riecht anders. Und jedes Haus ist anders eingerichtet, je nach dem Besitzer, der da drin wohnt. Und interessanterweise, auch an den Kleidern, auch wenn sie gewaschen sind, die riechen nachher einfach nach diesem Haus. Und manche Leute riechst du schon, bevor du sie siehst. Einfach, weil dieser Geruch um sie herum ist. Und ich spreche jetzt natürlich von angenehmen Gerüchen. Gibt sicher auch andere Situationen. Aber wir verbreiten einfach diesen Geruch. Ganz genau. Und ich möchte mal ganz vorne anfangen. Im Garten Eden. Im Garten Eden, da war ja Adam und Eva. Und Gott hatte das alles gemacht für sie. Und Gottes Gegenwart oder seine Herrlichkeit war anwesend in diesem Garten. Er kam sie noch ganz persönlich besuchen, aber sie war einfach anwesend im Garten. Und so hat alles nach Gott gerochen dort. Und sie waren ganz durchdrungen von all dem. Weil Gott hat alles gemacht. Also es sah aus nach Gott. Es roch nach Gott. Und sie waren so da drin ganz eingehüllt. Und die Herrlichkeit, also Gottes Gegenwart war einfach da. Und Eden heisst ja auch Freude, vollkommene Freude. Und einfach alles war gut. Ja? Oder? Wir sagen ja das Paradies. Das Paradies, das ist so das Vollkommene. Es war so. Und dann hat der Zweifel, dadurch, dass der Feind Zweifel sehen konnte, hat sie das rauskatapultiert. Dadurch, dass sie dann falsch entschieden haben. Dadurch, dass sie es zugelassen haben, Gott in Frage zu stellen. Macht denn Gott wirklich? Tut denn Gott wirklich? Ist er denn so lieb, wie er sagt? Aber was ist mit dem? Und was ist mit dem? Und was ist denn damit? Alle unsere Fragen, die wir immer noch, heutzutage immer noch haben, wo der Feind immer noch spielt mit uns. Er spielt immer noch damit. Und wir, wir sind durch Jesus, durch das Abendmahl, das wir nachher zusammen feiern, sind wir wieder zurückversetzt worden. Und das könnte eigentlich, es ist so, dass es uns wieder gehört. Es ist so, dass Gottes Wesen wieder um uns sein will, die ganze Zeit. Aber es geht immer auch um unseren Kopf. Was machen wir mit unserem Kopf? Lassen wir den Feind reden? Lassen wir Umstände reden? Lassen wir Leute reden? Lassen wir es zu, dass diese Stimme lauter ist, als das, was Gott uns in seinem Wort sagt? Lassen wir die Kraft der Worte von Menschen uns kaputt machen, anstatt auf Gott zu schauen und seine Worte zu nehmen und seine Worte als wahr anzuschauen? Sonst katapultiert das uns jedes Mal wieder raus aus der Gegenwart Gottes. Puh, schon wieder raus. Und du bist wieder wütend oder aufgebracht oder unzufrieden und was auch immer das alles gibt. Traurig und verzweifelt. Dabei ist doch Gott da. Er wohnt in dir. Seine Herrlichkeit wohnt in uns. Also der Feind macht immer noch dasselbe. Und wir, wir fallen immer noch darauf rein. Aber Gott, Gott möchte, Gott möchte, dass wir sehen. Er ist da und er möchte, dass unsere Wohnung nach ihm riecht. Dass wir nach ihm riechen. Dass wir so nah sind. Genau. Gut. Ich möchte euch zwei Worte erklären. Ich möchte euch die Worte Herrlichkeit erklären. Jan? Bist du bereit? Okay. Gut. Das erste Wort. Das erste Wort Herrlichkeit heisst auf Hebräisch heisst Kabot. Und dieses Wort heisst Gewicht. Das Gewicht von Gott. Vielleicht habt ihr schon erlebt, dass wenn ihr in einem Gottesdienst seid oder wenn jemand für euch betet, dann kommt so wie ein Gewicht auf euch. Und schlussendlich landet ihr am Boden, weil ihr dem nicht mehr widerstehen könnt. Weil euer Körper einfach unter dieser Schwere zusammenfällt. Machtausstrahlung. Energieabstrahlung. Gott hat eine Energie. Wow. Ich habe das einmal erlebt. Da hat eine Frau für mich gebetet. Und als sie mich berührt hat, das war wie, wie ich in eine Steckdose gefasst hätte. Ich habe geschrien. Das ging wie Strom durch meinen ganzen Körper durch. Wow. Ich war elektrisiert worden von der Energieabstrahlung von Gott. Aber es war gut. Es hat nicht wehgetan. Aber trotzdem, ich konnte... Mein Körper musste irgendwas machen. Ich wusste nicht, wohin mit all dieser Energie. So habe ich halt geschrien. Aber es war ein gutes Schreien. Genau. Ja, genau. Also wenn du an ein Stromkabelrand kommst und es auf Schweizerdeutsch, es haut dir eine, es schlägt durch, dann bist du vielleicht auch nicht ganz leise. Also, genau. Also das ist dieses Wort. Gott möchte kommen mit seinem ganzen Gewicht, mit seiner Machtausstrahlung, mit seiner ganzen Energie. Und diese Energie, die macht ja dann was, oder? Was Gutes. Die kann dann Knoten lösen in unserer Seele. Die kann Heilung bewirken in unserem Körper. Die kann sogar Metall zum Verschwinden bringen. Die kann so vieles machen. Und ich möchte einfach, dass wir das wissen. Diese Herrlichkeit ist nicht nur ein bisschen Hühnerhaut. Oder den Rücken runter ein bisschen, einen kalten Schauer oder so. Das ist Wirklichkeit. Also ich glaube, wenn jemand vom Blitz getroffen wird, dann sagst du nachher auch nicht, ja das ist ja nicht so schlimm gewesen. Oder das ist ja nicht so, nicht so. Du weisst dann, das war gar nicht harmlos. Aber Gott ist natürlich ein guter Blitzschlag, wenn er dich trifft, oder? Und da passiert was Gutes in uns. Und nicht was Schlimmes, wie bei einem Blitzschlag, wo du dann ziemlich zerstört bist, oder? Also Gott hat eine Wahnsinnsenergie. Und ich spreche jetzt nicht esoterisch. Sondern diese Worte gab es schon lange, bevor die Esoterik da war. Gott war zuerst mit seiner Kraft. Und das bisschen Energie, das die anderen haben, und sowieso ist es aus der falschen Quelle. Also vergiss das mal. Genau. Also, nachher haben wir noch ein griechisches Wort von Herrlichkeit. Das heisst dann Majestät, Exzellenz, Schönheit, Stärke, Grösse, Macht, Ehre, Reichtum, Fülle, Würde. Und die Königlichkeit einer Person. Also wenn Jesus, und es heisst ja, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also Jesus ist jetzt gerade hier mit seiner Majestät, seiner Exzellenz, seiner Schönheit, seiner Stärke, seiner Grösse und Macht, seiner Ehre, seinem Reichtum, seiner Fülle, seiner Würde und seiner Königlichkeit. Ich glaube, wisst ihr, wenn man in eine katholische Kirche geht, da muss man leise sein. Sie sagen dem, man soll Ehrfurcht haben. Und ich weiss, ich bin ja katholisch aufgewachsen, deshalb darf ich darüber sprechen. Ich bin, ich darf das, weil ich weiss, von was ich spreche. Das hat seine Richtigkeit, weil Gott ist heilig. Gott gehört Ehre. Gott tritt man nicht respektlos gegenüber. Und trotzdem ist es zu einer religiösen Tat geworden dort. Und so sollen wir nicht zu Gott kommen, indem wir eingeschüchtert sind. Nein, wir können voller Freude kommen. Wir dürfen jubeln und klatschen und singen und tanzen in einer Kirche. Ja, aber der Respekt, der Respekt, der darf nicht wegfallen. Und das ist jetzt unser Problem geworden. Weil irgendwie, indem man nicht mehr leise ist und nicht mehr so, uh, das ist eine Kirche und da benimmt man sich und da hat man Ehrfurcht, ist plötzlich die Ehrfurcht weggefallen. Also wir haben einfach die Strassenseite gewechselt, ja. Und Ehrfurcht, Ehrfurcht muss unbedingt dazugehören. Weil unser Gott ist heilig. Er ist heilig. Und doch hat er uns so lieb. Genau. Und jetzt möchte ich rüber wechseln zum Abendmahl. Jan, kannst du mir die nächste Folie einblenden? Ich habe gestern ein kurzes Video mir angeschaut von Billy Brim. Ich weiss nicht, wer sie kennt. Sie ist eine ältere Dame, eine Prophetin. Und eine Frau, die schon sehr, sehr lange im Dienst ist. Und sie hat selber Hebräisch gelernt. Und sie hat gesagt, dass eines der Bedeutungen des Wortes Opfer ist eben, also das Wort heisst Korban. Und eine der Bedeutungen ist ein Fahrzeug, um uns in Gottes Nähe zu bringen. Und das hat mich so fasziniert. Das hat mich fasziniert. Weil somit ist also, wenn wir das Abendmahl nehmen, ist das wie, wenn wir in den Bus einsteigen und unser Ziel ist es, bei Gott zu landen. Ganz nah bei Gott zu landen. Oder es ist natürlich dann auch andere Worte. Das Wort, wenn wir den Lobpreis unserer Lippen als Opfer zu bringen, das ist dann auch ein Fahrzeug, das dich ganz nah zu Gott in die Nähe bringt. Das dich ganz nah an Gott ran bringt. Oder halt vorher haben wir ein Opfer gebracht mit Geld. Das ist auch ein Fahrzeug, um uns ganz nah zu Gott zu bringen, um uns bewusst zu machen, er ist unser Versorger. Und wenn wir ihm geben, ist das nur ein Ausdruck von unserer Dankbarkeit, dass er uns viel mehr zu geben vermag, als wir ihm jemals geben können. Es ist ein Fahrzeug, ein Opfer ist ein Fahrzeug. Das finde ich begeistert. Also können wir so richtig einsteigen. Und ich habe mich immer ein bisschen geärgert, wenn Thomas gesagt hat, lasst uns in den Lobpreis einsteigen. Jetzt ist das vorbei. Das ist ein Fahrzeug und wir steigen ein und wir legen los und wir preisen Gott und gehen in seine Nähe. Ich werde mich nie mehr ärgern, weil ich fand das irgendwie so komisch, einsteigen. Ja, er hatte recht und vielleicht hat er es nicht mal gewusst. Genau. Also, lasst uns einsteigen in das. Ich möchte mit euch schnell in den Hebräer gehen. Der ist da ziemlich weit hinten. Hebräer 10. Und ich möchte einfach mal lesen von Vers 1 an bis 25. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge, eben Bild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Also er spricht jetzt da zuerst mal vom Alten Testament. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienstübenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt. Also Jesus, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Das sprach ich, das spricht Jesus. Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Auch kein Wohlgefallen daran gefunden. Die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Mit anderen Worten, der alte Bund hat er abgeschlossen, Jesus, und einen neuen Bund gemacht. Um das Zweite, den Zweiten Bund aufzurichten. Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir sind geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Er spricht hier wieder von Jesus. Fortan wartet er, Jesus, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füsse. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, das sind wir, für immer, und jetzt musst du weiterlesen, vollkommen gemacht. Was hat er dich? Vollkommen gemacht. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo es aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Also es muss jetzt nicht ein weiteres Opfer gebracht werden, weil Jesus hat ein für alle Mal alles bezahlt. Ein für alle Mal alles bezahlt. Seid ihr nicht froh, dass wir nicht mehr Hühner und Kälber und Schafe schlachten müssen im Gottesdienst, damit unsere Sünden zugedeckt sind? Jesus hat das für uns getan. Wow. Vers 19 Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen grossen Priester über das Haus Gottes, So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, Denn treu ist er, der die Verheissung gegeben hat. Und lasst uns so aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr ihr den Tag herannahen seht. Da stehen wir. Der Tag Jesu kommt schnell. Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Vor einigen Jahren, ich weiss gar nicht mehr wie viele Jahre, habe ich mal so mit Gott diskutiert, wie lange es denn noch geht, bis Jesus wieder zurückkommt. Dann hat er zu mir gesagt, ich bin schon zu sehen am Horizont. Genau. Also, ihr müsst nicht mein Wort nehmen, aber die Zeit ist weit, weit vorgerückt. Und wir müssen, nein, wir müssen nicht, aber wir dürfen, wir dürfen in diese Herrlichkeit zurückkommen. Weil wir sind darauf angewiesen. Und Gott ist darauf angewiesen, dass wir diese Herrlichkeit verbreiten über die ganze Erde. Weil er sagt, in der letzten Zeit wird die Herrlichkeit Gottes die ganze Erde bedecken. Und Gott kommt nicht von oben herab und macht wusch und die Erde ist. Nein, er möchte, dass die Herrlichkeit, die in uns ist, um uns herauskommt, um uns herum ist. Und dann werden die anderen darin eingehüllt. Ja, das möchte Gott. Er hat diese Herrlichkeit in meinem, in deinem Tempel getan. Dass wir es aus uns herauslassen. Ja, aber ich, ah, 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 ja, aber, ja, aber. Immer diese Ja, aber. Kennt ihr diese vielen Ja, aber? Ich glaube, die sollten wir mal in den Müll schmeissen. Weil, weil die sind nicht von Gott. Gott sagt, ja, aber du kannst es. Der Heilige Geist lebt in dir. Gott sagt, ja, aber du bist mein Kind. Gott sagt, ja, aber ich habe die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen, mein Kind. Gott sagt, ja, aber die Freude an mir ist doch deine Kraft. Das sagt Gott, das sind Gottes Ja, aber. Und seine Ja, aber sind viel besser als die vom Feind. Viel besser. Gott sagt, ja, aber ich bin dein Versorger. Und wir haben so viele Ja, aber. Aber schmeiss dir mal deine Ja, aber in den Müll und liess mal Gottes Ja, aber. Die sind viel besser. Halleluja. Genau. Also. Genau. So möchten wir jetzt dann zum Abendmahl schreiten, aber ich möchte euch noch einen Vers vorlesen, und zwar aus 2. Könige 3,15. Elisa sagt hier, dass sie ihm einen Seitenspieler holen sollen. Und es geschah, 2. Chronik 3,15, und es geschah, als der Seitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und dann hat Elisa angefangen zu prophezeien. Also Musik, und wie wir vorher gesehen haben, ist auch ein Fahrzeug, zu Gott. Musik trägt die Salbung Gottes. Und darum, und nicht nur, weil es schön ist, Musik zu hören, oder weil wir gerne singen, haben wir ein Lobpreisteam. Sondern, und hoffentlich sind diese Leute, sie sind gesetzt von Gott, um Musik zu machen. und sie haben einen Auftrag. Und ich möchte jetzt einfach schnell Daniela rauspicken, weil ich finde es wichtig, dass wir einander ermutigen und auch zusammen Gott glauben, dass das, was Gott gesagt hat, auch hervorkommt. Wir wollen das sehen. Also Gott hat an einem barfuss morgen auch gesprochen, dass wir auch ein Ort sein werden, wo Lieder rausgehen. Wo Musik rausgeht in die Welt. Aber nicht nur das, er hat schon lange auch davon gesprochen, dass das von hier aus Heilung ausgeht. Dass wir ein Ort sein werden, wo die Kranken gesund werden. Weil wir so gut sind? Nein, weil Gott so gut ist. Weil er das möchte, weil er seine Menschen liebt und er leidet am meisten, wenn du leidest. Es ist ihm doch nicht egal. Und so, jetzt wieder zurück zu Daniela. Also, Gott hat nicht nur einmal, sondern x-mal durch verschiedene Leute, die gekommen sind, durch uns selber, zu ihrem Herzen, gesprochen, dass wenn sie spielt, dass Heilungen geschehen werden. und ihr könnt natürlich sagen, ja, cool, oder ihr könnt sagen, glaube ich nicht, wenn ich es dann sehe, dann glaube ich es dann. Das ist eigentlich egal. Aber es hilft, wenn wir Leute, wo wir das Wissen unterstützen und sagen, jawohl, ich sehe das auch, ich glaube mit dir, dass Gott das tut durch dich. Wir wollen uns so unterstützen, dass wir alle in die Salbungen hereinkommen, alle in diese Sachen, wo Gott für uns hat, weil wir haben alle unsere Begabungen und Gott will die entwickeln und wir als Gemeinde möchten die entwickeln. Genau. Und alles hat seine Anfänge und ihr wisst genau, als ihr Laufen gelernt habt, habt ihr das nicht am ersten Tag gekommen, sondern ihr habt es geübt und ihr seid x-mal auf die Nase gefallen und deshalb wollen wir das auch, wir wollen das üben, weil eines Tages werden wir rennen damit und klettern und Berge erklimmen und Mauern überspringen. Aber irgendwo müssen wir anfangen. Ja? Genau. Also, gut. Wir gehen zum Abendmahl. Das ist ein Fahrzeug. Jesus ist durch sein Opfer ein Fahrzeug, das uns zu Gott bringt. Ja, aber jetzt, was mache ich denn? Wie sieht das aus? Wie sieht das praktisch aus? Wenn ich das Abendmahl nehme, dann denke ich nicht, an was kommt nachher, welchen Film ich heute Abend schaue, sondern ich konzentriere mich auf das, was Jesus gemacht hat. Ich bin mit ganzem Herzen dabei. Ich lasse kein Ja, aber vom Feind in meine Gedanken. Ich stoppe das. Ich konzentriere mich völlig auf Gott. Ich richte mich aus mit Dankbarkeit für das, was er gemacht hat. Ich empfange ihm Glauben, was er getragen hat am Kreuz. Alle meine Schmerzen, alle meine Gebrechen, alle meine Krankheiten hat er auf sich geladen. Lass uns das als Fahrzeug benutzen. Jesus hat gesagt, wir sollen es im Gedenken an ihn tun. Gedenken hat mit Denken zu tun. Volle Konzentration auf Jesus. Einsteigen und du weisst, wenn du in ein Auto einsteigst und du bist nicht konzentriert, konzentriert, oh meine Güte, das kommt nicht gut raus. Also, lass uns das voll konzentriert tun. Uns auf Gott ausrichten. Und nachher werde ich dann weitere Angaben geben. Gut. Halleluja. Vater im Himmel, wir sind dir so sehr dankbar für den Leib, den Leib von Jesus Christus, welcher den lebendigen Weg zu Gott Vater freigemacht hat. Danke, Herr, dass du dein Leib gebrochen hast, damit wir frei sind von Krankheit, Gebrechen, Schmerzen, dass du dieses Opfer dargebracht hast, in Jesu mächtigen Namen. Lass uns essen. Wir Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass er sein Blut vergossen hat. Jesus, wir danken dir für die Vergebung unserer Sünden durch dein Blut. Damit wir durch dich in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Danke, Jesus, für diese wunderbare Möglichkeit. Und danke, dass du am Kreuz alle unsere Gesichter vor dir gesehen hast. Und um der vor dir vor dir liegenden Freude, dass du alles erduldet hast, weil du gewusst hast, du wirst uns erkaufen können, dadurch, was du jetzt durchmachst, damit wir frei zum Vater gehen können. Und weil das deine grösste Freude war, dass wir wieder zum Vater gehen und wieder bei ihm sein dürfen und wieder um ihn sein können. Dafür hast du das alles gemacht, Jesus. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Lass uns trinken. Hergriff. Oh, Halleluja. Musik